Wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen, bis auf den letzten und danach Selbstmutter gehen. Ohne uns Menschen wäre die Welt ein viel besserer Ort. Wenn ihr mich nicht tötet, werdet ihr mich nie besiegen. Ja! Renn, du Feindlinge! Selbst wenn du tot wärst, wirst du nicht besiegt. Die Hater können nicht ohne dich leben und sie würden immer noch Jahre nach deinem Tod deine Videos schauen. Du, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich denke, es kommt auf die Art meines Todes an. Wenn es so weiter geht wie die letzten zehn Jahre hier mit den ganzen Hatern oder die letzten acht Jahre, dann kann es gut sein, dass ich irgendwann einen Märtyrer-Tod sterbe. Versteht mich nicht falsch, versteht mich nicht falsch, aber was interessiert mich das? Was kümmert mich das? Da sterben gerade viele Menschen vielleicht. Na und? Wie wir in dieser Welt zurechtkommen sollen, wenn wir schon nicht einmal diese Kleinigkeit hinbekommen, ist es kein Wunder, dass wir Kriege führen, wo Menschen sterben. Ich kann nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die amutgelaufen sind in der Schule, weil sie ihr Leben lang von Mitschülern geärgert wurden, vor den Lehrern keine Hilfe bekommen haben. Ich kann das nachvollziehen. Ja, aber du kannst dann... Alter, hast du eine Ahnung, hast du eine Ahnung, doch kann ich, doch kann ich. Hast du eine Ahnung, wie oft ich am liebsten... Hast du eine Ahnung, wie oft ich diese Wichser umbringen will? Hey, was soll denn jetzt? Ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist?